Und wieder herzlich willkommen zu Let's Play BulliD1 Runde. Ich wünsche allen einen guten Morgen, denn Jimmy ist ja gerade erst aufgestanden. Halt die Schnauze, du Arsch. Denn Jimmy ist ja gerade erst aufgestanden. Missionen haben wir keine mehr. Wieso, weshalb, warum, weiß ich auch nicht, aber wir können nichts dagegen tun. Wir haben nur Nebenmissionen. Nicht mal die. Okay, und ja, jetzt können wir halt nichts tun und rumstehen und ja, nur Grotten- und Grambling-Karten sammeln und bla 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 und bla bla bla. Status. Sport 5. Was habe ich noch abgeschlossen? Ja, ziemlich viel, ja. Bei den Jogs 45%, bei denen steht dann 0%, die hassen mich noch. Die Streber, ja, da gibt es nur drei Missionen gegen die, aber die sind dann gleich unsere Verbündeten, weil sie Angst vor uns haben. Status. Arbeitslehre, das nächste wird es sein, die erstes Arbeitslehre und Fotografie, dann bekommen wir das Jahrbuch wenigstens. Und dann können wir endlich Fotos schießen. Gib mir ein Bussi. Jimmy, du bist so nett mit mir. Ich fühle mich wirklich... Du hast etwas auf deinen Lippen. Scheiße. Hm. Hm. Du bist so schlecht. Yeah, ich bin schlecht. Hallo, ihr habt ihr. Hallo, ihr habt ihr? Hallo, ihr habt ihr? Hallo, ihr habt ihr? Hallo, ihr habt ihr? Unterricht fängt nämlich jetzt an. Und wo ist es? Arbeitslehre. Bring mich zum Unterricht, bitte. Danke, Taxi. Das war nicht so leicht. Der Fall ist mir gut. Ihr habt ihr? Ihr seid nicht so glücklich, wie glaubst du bist. Es sind so viele Sch menten und planen in Planen. Anyways, sch清 nicht auf und fang. Arbeit geht es. Du bist so gut, Hopkin. Du bist so gut, Hopkins. Du bist so gut, Hopkins. 4 4 4 Verdammt Geh doch mal kacken Nein, das lade ich. Es nervt so sehr, dass scheiße Arbeitslehre. Da muss man so schnell und genau sein, weil eine kleine falsche Bewegung und du denkst gleich fest mit dem Finger. Jetzt kann ich wieder eine Minute warten. Was ist dein Problem? Bitte nicht zuhören, ich habe bereits alle Nacht kreiert. Ich liebe es, wenn wir versuchen, zu schlafen. Ich kann es mir nicht verkneifen, ich liebe es, so sehr die kleinen Kinder zu tyrannisieren. Das macht Jimmy so lustig. Jetzt kannst du mich verhaften. Ich bin ein bisschen wundersch in der Zeit. Oh, ich bin ein bisschen wunderschön. Ich bin ein bisschen wunderschön. Anyways, shut up and get to work. Das darf man mit dem A nicht so schnell machen, weil sonst... Geh kacken, ey, Mann! Jedes Mal in die falsche Richtung! So, jetzt aber! All right, you're getting somewhere now. All right, you're getting somewhere now. Kannst mich mal am Arsch lecken. All right, you're getting somewhere now. Ha, du Misskrücke! Ich hab dich am Arsch! Hurenrad, Mann, ey! Fick deine Mutter, fick deine Mutter! Fick sie so lange, bis sie sich im Kreis dreht, ey! Wie der scheiß Reifen da! Ich denke, wir können das ein Rappen! Das fahrt... Die Leute, ich hab dich nicht mit dir. Die Leute, ich hab dich verletzt. Ich hab dich nicht mit dir. Ich hab dich nicht mit dir. Ich werde mir ein paar Greaser verprügeln, das macht auch ein bisschen Spaß. Aber natürlich werde ich nicht down gehen. Sonst sterben gehen alle. Das habe ich weggenatzt, jeden von euch. Der hat mich auch angegriffen. So, jetzt kannst du mich verhaften, denn jetzt habe ich nämlich Unterricht. Oh, ich habe meine Kamera zu Hause vergessen, bitte entschuldigen Sie. Das war's. und wenn das Jahrbuch bekommen die Jahrbuch freigeschaltet Schauen wir mal ran Derby, Jimmy, PD, Russell So, das sind alle Ich hab's ja gesagt, dir mal einen Namen Ich bin sehr glücklich, dass ich dich heute gesehen habe Hey Was ist passiert? Du fühlst mich zufrieden? Du lacht zufrieden Haha, was ist das Wunsch? Was ist das Wunsch-Bund-Win? Du bist so ein Junge, Freunde Du schaffst mich zufrieden Hey, du bist jetzt wie ich Hey, du bist jetzt so wie ich Echt viele Fotos haben wir schon er schon mehr als die Hälfte ist ohne Scheiß wirklich die Trüge ist BF ich komme herkommend aber auch überraschen etwas Besonderes für mich? Ich wünsche mir, dass ich etwas tun konnte! Du bist ein kleines Schrauch! Du bist hier! Grüß dich! Entschuldigung! Hey, du bist jetzt wie ich jetzt! Ich weiß! Nein, die Kleine datieren wir noch nicht. Bleibst du stehen? Die Kleine haben wir auch noch nicht gesehen. Bleibst du auch stehen? Das ist nicht gut. Bleibst du stehen bitte! Danke! Ah, da haben wir ein Bier trüßt! Hey, 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 hey! Du! Hallo, du! Hallo, was geht's? Das sind ein paar schöne Schrauben, Mann! Hier ist noch etwas anderes, ich will! Hallo, liebe Schüler! Diese Schule ist... Hey, du! Ich liebe dich wirklich! Also, wirst du mir jemanden lieben? Jetzt haben wir auch schon ein paar Fotos geschossen! Hey, du Kleiner, komm her! Hallo! Bleib doch stehen! Hallo! 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 Scherlton! Ich habe es schon. Ich habe es schon. So, are you going to get me something nice? You're getting busted, just you wait! Do you see this? I will beat the perpetrator. I will beat the perpetrator. I will beat the perpetrator. That's a great day to be rich. Thank you! Hey, why hello there? Why hello! God, that's the girl. I'll show you too. Smile for the camera! Please see you again. Over here! Don't you know? I got it just for you. For me? Oh, you shouldn't have. I feel you are really attracted to you. I'll show you the scene with all of the gangs. I've already shown you the bullies. I've already shown you the bullies. What's the bread now for that? Hello! My fellow elite. Wave them until Gary hears what I'm going to tell him about Jimmy. I think I've already seen that. Hello! Hello! My fellow elite. Hello! My fellow elite. Hello! My fellow elite. Hello! What's up? Hello! My fellow elite. Come on. Watch your gun up and watch it, please. But it hits until you know me. I'm a physical investment. Get up, puppy! How do I get to breathe? Come on this one. Ah ha! Point your feet in the back of your head when I catch you. Have a nice trip! How'd you like this it realized? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das passiert also, wenn man von ihnen ein Foto macht Bring mich bitte in meinen Schlafsaal Danke Ich muss sagen, für den ersten Tag haben wir ziemlich viele Fotos schon geschossen Die erste Seite ist fast voll, ja, ist wirklich Casey, das ist die Kleine mit diesen Töpfen da Ich bin gespannt, wie weit das rauf geht jetzt Ich bin gespannt, wie weit das rauf geht 44,76 haben wir Passt ja Damit beende ich den Part wieder und sage danke fürs Zusehen Und wir sehen uns am nächsten Mal wieder Bis dann!